Christin Frank Bein Aber über mich gerade! Jetzt bin ich mal gespannt. Ich gebe euch einen Tipp. Die zweite Strophe fängt mit in an. Ah, 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 ah! Das habe ich mir damals auch gewünscht. Die zweite Chance. Also, drei, vier. Ist völlig klar, ne? Klingt aber ein bisschen wie in der Kirche. Jeder hört aus wie man andere mit. Der letzte Satz kennt ihr. Ich freue dich, Christin kommt bald. Okay, jetzt noch ein bisschen im Timing. Und bei Ihnen ist es perfekt. Sehr schön. Die Frauen sind Text sicherer, merke ich schon. Die Männer klicken sich immer so ein bisschen mit ein. Mit dem dritten Wort. Und die dritte auch? Berndt ist meine Liebe Nacht. Und die dritte auch. Ich schieße die frohe Wengelbe Wacht. Sehr schön, Rastak! Wunderbar! Okay, können wir besprungen machen unsere eigene Mission? Können wir ein bisschen schneller werden jetzt? Und ein bisschen blusiger? Können wir ein bisschen blusiger werden? Hattet ihr Lust auf ein bisschen Blush? Ja, sag mal was du fragst. Ja, sag mal was du fragst! Bis zum nächsten Mal.